Hallo, in diesem Tutorial zeige ich dir, wie du aus deinen Fotos runde Bilder machen kannst und sie dann effektvoll rahmst. Mit dem Werkzeug der CW-Fotowelt geht das ganz einfach. Ein eingefügtes Foto kann über zwei Wege in der Form verändert werden und anschließend auch gerahmt werden. Im ersten Beispiel zeige ich dir, wie du mit Masken deine Fotos verändern und anschließend mit Cliparts rahmen kannst. Füge also zuerst ein Foto ein und öffne dann den Bereich Masken und Rahmen links. Im Bereich Formen findest du viele verschiedene Vorlagen. Zieh eine runde Maske auf dein Foto. Die neue Bildform kann jetzt nicht mit einem Farbrand gerahmt werden, da der Rahmen nicht an der neuen Form anliegt. Um doch einen farbigen Rahmen für dein rundes Foto zu erzeugen, kannst du Cliparts verwenden. Öffne den Bereich Cliparts Formen links in deiner Ansicht. Ziehe jetzt einen Kreis auf die Seite. Vergrößere diesen gleich. Verwende dazu die blauen Anfasser. Das Clipart sollte etwas größer als dein eingefügtes Foto sein. Das Clipart soll nun eine andere Farbe bekommen. Klicke es doppelt an. Wähle rechts über geändert eine neue Farbe aus. Ich entscheide mich hier für ein dunkles Rot. Anschließend legst du das Clipart vor dein Foto. Klicke dann mit der rechten Maustaste direkt auf das Clipart und wähle eine Ebene nach hinten aus. Jetzt richtest du die Inhalte zusammen aus. Dazu gruppierst du Foto und Clipart. Ziehe mit gehaltener linker Maustaste über beide Inhalte. Jetzt sind sie zusammengefasst. Öffne oben rechts den Bereich Anordnen. Hier findest du im Bereich Objekte ausrichten die entsprechenden Werkzeuge. Klicke also zuerst auf Objekte horizontal ausrichten und gleich danach auf die Funktion Objekte vertikal ausrichten. Und schon hat dein rundes Foto einen Rahmen mit gleichen Abständen. Hier noch ein Tipp. Das kannst du auch mit zwei oder drei Cliparts machen. Zum Beispiel mit einem vollen Kreis und einer oder zwei dünnen Kreislinien. Dann müssen die Cliparts entsprechend groß angelegt werden und über das Gruppieren aller Inhalte lassen sich auch so mehrere Inhalte ganz leicht ausrichten. Natürlich lassen sich so auch andere Fotos und Formen Rahmen. Du brauchst also immer eine passende Maske und einen passenden Cliparts aus den entsprechenden Auswahlbereichen links. Eckgrößen und Formen. Im zweiten Beispiel zeige ich dir, wie du Fotos verändern und direkt rahmen kannst. Dazu verwenden wir das Werkzeug Eckgrößen und Formen. Dabei spielt das Ausgangsbildformat immer eine große Rolle. Quadratische Fotos werden nämlich rund, rechteckige Bildformate werden oval. Öffne nach dem Einfügen deines Fotos den Bereich Dekorieren rechts oben. Aktiviere das Werkzeug Eckgrößen und Formen rechts unten in dieser Ansicht. Nun kannst du die Ecken deines Fotos ändern und so neue Formen erstellen. Um runde bzw. ovale Fotos zu erzeugen, werden alle vier Ecken gleichzeitig verändert. Verwende dazu die Pfeiltasten, bis dein Foto die gewünschte runde oder ovale Form erreicht hat. Soll jetzt auch noch gerahmt werden, dann verwendest du gleich das Werkzeug Farbrand auch im Bereich Dekorieren zu finden. Aktiviere die Funktion und nimm dann deine Einstellungen vor. Breite und Farbe kann individuell eingestellt werden. So kann jede neue Bildform direkt mit einem Rahmen versehen werden. Suchst du weitere Erklärungen zu Funktionen und Anwendungen, dann schau gern hier im Kanal in der Playlist CW Fotowelt Software Funktionen einfach erklärt nach. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Gestalten.